Ich bin ein Zocker, jedes Game wird jetzt gerockt. Ich hab schon als Kind Mario auf der Nest gezockt. Ich war schon der mein Nerd, der gern zu Hause bleibt. Ich wollte nur spielen. COD. So, wieder zurück. Direkt im Anschluss, bevor ich jetzt hier sonst wohin muss. Warte mal. Äh, willst du rüber schwimmen kurz, oder? Du schwirrst jetzt hier rüber. Nein! Doch! Alter, auf dem Server gibt's aber nichts mehr zu finden, das ist ja furchtbar. Der Nägel. Toll. Ja, kannst du was bauen. Wie viel. Ich hab' ja noch nicht alle Waffe gesehen auf dem Server. Oh, ne, hat Zombie schon wieder. Ah, ja, ich kletter mal kurz auf, das ist ein bisschen dummer in mir, aber naja. Schütte Klebewand und solchen Scheiß, aber keine richtige Waffe. Darum geht's ja auch nicht. Und deshalb geht's nur drum, um mich zum Beispiel zu überlegen. Oh, aber da wird mich merkwürdig, ich hab' hier Modellationen gefunden. Das ist ja, Magazin halt, ne. Stuhl. Ne Hake. Also der Rack. Also der Rack. Also der Rack. Airport ist... Ich hab die ganzen Airport durchsucht und hab nicht viel gefunden. Du gehst direkt zu, äh... Oh, für diese Geräuschen! Junge! Schau's nach den Videos an, Junge ich bin runtergefallen. du gehst du zu einem Campground unterhalb von dem Flughafen da geh ich jetzt auch hin so, da ist jemand wieder so quietschisch rei, als gäbe es dann selber um den Sack ah, das ist krass Junge okay, ich verreck eh ich schwimm rüber ich komme, hast du Verbandzeug? du fährst dich automatisch mit der Zeit ja, mit der Zeit, da dauert es zwei Jahre äh, schwimm zu dem Campground, habe ich doch gesagt ich glaube, du hast nicht sinnvolle ich bin jetzt ja auch unterwegs mit dem Auto aber, ja gut ah, ein Jägerstand Airport, ich komme jetzt zum Airport ja, dann hole ich dich halt danach beim Airport wieder ab nee, du holst mich jetzt nach nee, ich muss ja hier das gute Sachs sichern bevor du hier noch herkommst und irgendwie Anspruch darauf erhebscht oder sowas als Zivilienpoliz ich gebe doch nichts von meinem Sach ab also, jetzt geht's los so, was haben wir denn da? guild сто die roh それ sind wo phải Western aus yo eux aber of late sieht auch ganz gut aus ich hab jetzt du solltest ich dass kann ich das gemacht habe habe ich mit mich wenn ich den überhaupt noch kennt äh habe ich mit dem einiges anlegen äh weitergespürt woanders sprich wir haben jetzt den Tiger und so weiter das ist ich mich noch nicht der irgendwo ist hinten dran der ist aber noch aufzuholen ich fahr zum Campground Nix! äh zum Airport meine ich ja Belfast Airport da bin ich nämlich jetzt gerade angekommen mit elf Prozent live äh lauf zu dem äh Gebäude ja nein da sind nur Zombies ne zu dem gelben Gebäude hin ah da bist du hallo hallo ah nicht überfahren ah Junge du bist bescheuert du kleiner hey hör auf meine Karre kaputt zu machen du kleiner Hure sohn hoppla das war nur wegen dir hör auf die Karre raucht schon hör raus hier haha du Lappen jetzt nehm ich dich nicht mehr mit haha steig jetzt ein die war doch nickelnagel neu du Fisch ich hab besseres Auto voll bei Auto dann fahr her ja hast du noch was von mir am Tag dabei nö das geht jetzt auch nö das ist die 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 Straße fahren wollte ich auch absichten so jetzt fahr hier wieder weg fahr zu dem Camp crowd du hast die Gilt die muss jetzt Zeug suchen da gibt es nichts ich hab das komplett leer gesucht nein da liegt nur der Hammer unsere Zeug nach oben Ja, toll, was ist denn Hammer? Du hast schon, Hammer. Jetzt komm ich raus und ich fahre ohne dich weiter. Na, klasse. Warte, wo bin ich? Chill. Äh, military base. Ist das military base? Dann schwimm rüber. Ich glaube, hast du da in die Dachmacke? Weißt du, wie lange das dauert? Na gut, ich schwimme einmal quer um die Insel rum. Oh, geil. Army. Gott, pff. Ach man, mein Vollvote ist explodiert. Ich hab ja mega Army-Dinger, Klamotten. Das dauert zu lange. Ja, das ist meine. Ja, jetzt nicht mehr. Meine. Wir werden noch zu diesem... Oder Leo, wir werden immer wieder die, der noch zu dieser wechseln. Ich will auf dem gleichen Zacken. Mhm. Weil dann sind wir mal andere Maps ins Zeug. So, jetzt bin ich in... Stedford. Ja, in Stedford bin ich, Leo. Hä? Ich bin wieder in Stedford. Das ist wo? Moment, Stedford. Ach da, ja, äh... Schwimm rüber. Nein, nicht noch mehr. Du hast mich bemerkt, Zombie. Wann sie Klamotten? Guck, dass du irgendwie nach, äh... Charlottetown kommst. Baseball-Schläger. Hast du gehört, Janik? Ja, ja. Das ist die Stadt. Die Unterstadt quasi. Guck auf der Map. Da geh ich jetzt in. Weil da ist ja noch die Farmen und so. Da kann man sich gut einrichten. Oh, der hat was getroppt. Package. Oh, ne Taschenlappe. Ja! Hab ich auch schon eine. Du hast eine. Du Arschloch, du... Wegen dir raucht man Cheap. Oh! Bisse... Machst du jetzt da rauf fahren, ne? Oh, ich hab einen Hut. Geil. Soll ich auch was zu essen gefunden? Nein, die Sonne geht unter. Ach, ja, ich hab ne Taschenlampe. Tu leider auch. Scheiße. Da ist der Campground. Hoffentlich krieg ich da mal ne Waffe. Ne vernünftige. Suches Gameground, da bist du. Wo bist du jetzt? Ich hab ne pinke Sonnenbrille. Wo bist du jetzt? Da nochmal. Ich mach momentan ein Statford und raub ich alles aus, was geht. Ja, okay. Ich suche, ich räume jetzt gerade den Campground, dann die irgendwas Stadt leer und dann bin ich in der anderen Stadt da unten. Bei den Farmen. Und dann gehe ich zu den Farmen. Also entweder treffen wir uns in der Stadt oder bei den Farmen. In der Stadt. Okay. Du bist der Algon. Hier gibt's viel mehr Material, wie ich jetzt schon sehe. Ich verhalte mich so wie ihr. Wie ihr Zombies. Ihr kennt mich gar nicht mehr mehr. Oh, die Tasche, da bist du schon viel heller als der Tor. Da kommt wie in der Koch. Nein. Wütender Koch, oh Gott. Nee, halt, das ist ein wütender Schuldirektor. Doch, da ist einer. Dreck, Schulbücher. Ich hätte überhaupt diese scheiß Schulbücher erfunden. War das wie immer wieder albern. Einstein. Nein, nein, komm, komm, ich will der hoch. Mein Gott. Leute positionen an den dümmsten Stellenleitern. Das gibt's gar nicht. Dann hat einer einfach an einem Haus eine Leiter hochgebaut. Oder da ist ein Campfire mitten in einem Haus. Das ist ja der Singleplayer-Spiel ist nicht so. Wir können es aber über Hamachi versuchen. Mh-mh, lass es mal ein bisschen gehen. 90% live, aua. 2% Leben. Ja, gut. 93% live wieder. So. Ich wollte aber gerade die Taschenlampe haben. Okay, ich werde die Taschenlampe überschlagen. Oh. Oh, oh. Oh. Auto, ein Auto, ein Auto, ein Auto. An der Tankstelle. Der muss vollgetannt sein. Was? Wie ist der Leer? Kann ich die Dinge nicht irgendwie volltanken? Wo bist du jetzt? Ich bin im Moment in Montague. Kein Passwort, was das ausspricht. Ah, ein Golfschläger. Das wird sich halt besser, ich mein Ding. Ein wütender Koch. Verreckt doch. Wütender Direktor. Oh, ein wütender Arbeitnehmer. So. Übrigens, mal eine Frage, Leo. Ich weiß, dass es eigentlich privat ist, aber... Oh, meine, jetzt bin ich verreckt. Egal, egal. Falt dich nachher. Oh, bist du verreckt? Wo bist du jetzt hin? Wo bist du jetzt gerade? Ich bin momentan in Stadford immer noch. Gut, dann komme ich dich jetzt besuchen. Wo bist du? Äh, ich bin hinter der Military Base. Ich gehe einmal durch die Military Base und dann... Kann man das schon aber... Jo, hast du erschlagen, was gescheites. Nicht... Äh, die macht nicht mehr Schaden. Geil, ich hab ne Red Flair gefunden. Leo. Hm? Ich hab ne... Ich hab ne Red Dinger gefunden. Ne Red Flair. Ich hab ne Red Flair. Was kann bei es liegen, dutzend Leuchttrakete, ne? Ja, kann leuchten. Also, okay, wenn ich B drücke, passiert erst mal gar nichts. Packt halt die Taschelampe aus. Das ist natürlich, wenn ich das sehe. Ich lauf dir entgegen. Ich glaube, das war es, das auch gleich. mit der zweiten Folge, wir werden noch mehr machen, das ist natürlich klar. Wir werden jetzt auch wahrscheinlich bald anfangen, DZ zu spielen, muss ich ja noch gucken, wie ich das mit meinen damals technischen Problemen hinbekomme. Scheiße, ich bin bei der Falschrichtung. Oh ja, Maple Strike. What? Ich habe wohl die Zufel für das Ding. Bam, 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 mega geil. Haha, ein Sturmgewehr. Direkt mal eine Waffe, absolute Oberklasse. So macht man das. Nee, weiß der Leo, die beiden Militär schießen mit Gummigeschorß und Rum. Das ist geil. Alter, kann ich da viel dran basteln? Weißt du, wann euch die Beta hier endet? Hä? Weißt du, wann die Beta hier endet? Nee. Das ist gut, es hat noch Lecks, aber komm. So, ich schwimme mal rüber zu dir, ne? Ja, nee, ich bin jetzt in der Military Base. Ja, deswegen komme ich rüber. Ja, weil ich habe statt, ich schwimme jetzt rüber. Ja, ich schwimme jetzt rüber. Zum Military Base. Darf ich ja kein Spiel entdecken. Ich sehe einfach nichts. Echt schlimm. Military Helm. Tja, meine Freunde. Wer dessen ich noch zu meinem Kumpel Leonhardt schwimme, würde ich mal sagen, dass jetzt die Zeitfolge war oder was sagst du? Oh, ich schwimme gleich. Uh. Jetzt kommt immer die... Irgendwie ist es vielleicht ein Kumpel zu mir. Egal, ich sag tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Abonnieren, kommentieren, liken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.